Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit. Ich bin Tanja, hallo. Tanja, was machst du? Mein Thema ist die sexy Buchhaltung. Ich betreue Selbstständige und helfe denen dabei, ihre eigene Buchhaltung zu verstehen und auch selber zu machen. Sehr cool. Wie bist du nur dazu gekommen? Ja, ich bin tatsächlich Kauffrau, habe irgendwann mal den Beruf der Kauffrau gelernt vor vielen, vielen Jahren und habe eigentlich immer in Unternehmen die Buchhaltung gemacht. Und dann? Und dann, ja, dann kam mein Sohn, ich wurde schwanger und saß dann zu Hause mit meinem Baby im Arm. Meine Hebamme kann Kinder auf die Welt bringen und Blut abnehmen und all solche Geschichten, aber sie kann keine Buchhaltung. Und das haben wir relativ schnell gemerkt im Gespräch und ich habe gesagt, komm, ich mache das mal eben. Ich kann das gar nicht mit ansehen, was du hier tust, das ist ja ganz schrecklich. Und so ist das irgendwie entstanden. Ihr Mann ist Handwerker, der kann auch keine Buchhaltung. Das haben wir auch schnell festgestellt und dann habe ich auch seine Buchhaltung gemacht. Und dann habe ich mich sozusagen in der Elternzeit selbstständig gemacht. Bin dann nochmal zurückgegangen in die Festanstellung und habe dann leider das erlebt, was auch leider sehr viele Mütter erleben müssen, ist nämlich diese Ausgrenzung von Teilzeitmüttern, die zurückkommen aus der Elternzeit. Und ich wurde rausgemobbt, lange Geschichte. Und bin an der Arbeit im Grunde, habe ich mich einfach selbstständig gemacht. Und das eigentlich für dich als Chance genutzt? Als absolute Chance genutzt, ja. Und kannst du dir jetzt vorstellen, nochmal irgendwann wieder zurückzugehen? Niemals. Okay. Nein. Und erzähl mal, also daraus entnehme ich, dass quasi die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Sache für dich ist, auch die die Selbstständigkeit ausmacht. Ist das richtig? Ja, total. Also ich habe damals wirklich gemerkt, das war eine absolute Zerreißprobe, jeden Tag ins Büro zu hetzen, das Kind in die Kita zu stecken, wieder abzuholen, immer Hetze, Hetze. Und ich kenne diese ganzen Sprüche von wegen, na, hast du einen halben Tag frei? Machst du, ach Mensch, hast du einen halben Tag heute? Machst du schön gemütlich zu Hause, ne? Es war also wirklich nicht schön. Und ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder zurückzugehen in die Anstellung, ja. Okay, aber wie hast du es dann weitergemacht? Du hast die erste Kundin, beziehungsweise die erste Kundin mit so den ersten Kunden dann eigentlich in der Elternzeit gewonnen. Wie ging es denn dann weiter? Durch Mundpropaganda. Immer Empfehlungen. Und ich habe dann auch tatsächlich im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit ein Netzwerk gegründet für berufstätige Mütter. Für selbstständige Mütter. Und daraus kommen eigentlich alle Aufträge. Also ich werde wirklich entweder durchs Netzwerk empfohlen oder durch meine Kunden, die mich dann wieder anderen Kunden empfehlen. Ich arbeite viel mit Steuerberatern zusammen. Das ist aber auch echt cool, oder? Ja. Und gab es bei dir aber dann trotzdem auch noch schwierige Momente? Oder war das einfach, es ging einfach immer so? Also beruflich kann ich überhaupt gar nicht sagen, dass es jemals einen schwierigen Moment gab. Ich habe eigentlich immer Glück gehabt. Corona war eine heiße Phase, muss man auch ehrlich sagen, weil ich bin früher gerne zum Kunden gefahren. Und ich liebe diesen Kontakt auch mit Menschen. Ich finde das toll. Ich habe auch Papierbuchhaltung wirklich gemacht, also ich habe Papier angefasst. Dann kam die Corona-Zeit und es ist wirklich sehr viel digital geworden. Und seitdem arbeite ich auch nur noch digital und zu Hause. Was für mich aber super ist, weil ich habe einen Sohn, der ist Autist und die Diagnose haben wir jetzt seit drei, vier Jahren. Und ich kann eigentlich keine Termine mehr außer Haus machen. Insofern ist diese Selbstständigkeit und dieses Zuhause-Arbeiten, also dieses Miteinander-Verknüpfen einfach super. Können wir darüber nochmal ganz kurz reden? Also wie war das denn für dich dann mit der Diagnose und was ist dir dann auch noch besonders wichtig geworden? Also natürlich ganz wichtig für meinen Sohn da zu sein. Das ist einfach Prio Nummer eins. Die Familie ist ja ganz klar. Und eben drumherum aber trotzdem noch arbeiten zu können. Weil ich bin ja eine Frau, ich bin eine selbstständige Frau. Ich muss ja auch für mich sorgen und für meine Zukunft sorgen. Ich will mich nicht abhängig machen von meinem Mann. Und deswegen war es mir immer ganz wichtig, auch weiterhin aktiv zu arbeiten. Auch wenn es nur zwei, drei Stunden am Tag sind und oder dann in den Nachtstunden. Klingt so doof, wie es ist, aber ich habe dann wirklich ab 23 Uhr noch Buchhaltung gemacht. Geht ja, ist ja kein Yoga-Kurs, ich kann ja nachts arbeiten. Aber eben dieses, ja, das ist für mich einfach ein ganz toller Moment auch. Ich bin selbstständig und ich kann es trotzdem weitermachen, weil mich würde ja keiner mehr anstellen. Ja, ich höre das so viel auch, dass es die Selbstständigkeit eigentlich eine viel bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie bedeutet. Und das ist bei uns, meine Frau ist auch selbstständig, für uns beide auch ein wirklich wichtiger Faktor. Aber kannst du noch mal praktische Tipps geben, wie du dann damit umgegangen bist? Also hast du dann einfach auch deinen Kunden gesagt, ich bin zu den Zeiten einfach verfügbar. Und hast du das so angepasst, wie es für dich gepasst hat? Ja, also ich finde auch, einer der wirklich wichtigen großen Punkte für meine eigene Selbstständigkeit ist, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich mir aussuchen kann. Ist einfach so. Also die Menschen, mit denen ich arbeite, die ich mir ausgesucht habe, die matchen auch mit mir. Mit denen kann ich auch sprechen, also auch persönlich sprechen. Und denen habe ich natürlich unsere Situation erklärt. Und es gab noch nie einen schlechten oder doofen Moment, weil alle immer eher Rücksicht auf mich genommen haben. Und ich gesagt habe, ey Leute, alles cool, ich mache meinen Job ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts mehr tue, nur vielleicht zu anderen Zeiten. Also ruf mich bitte dann und dann an. Und wenn ich nicht rangehe, gehe ich nicht ran, dann rufe ich zurück. Also dieses Miteinander mit den Kunden, das ist sehr, sehr wertvoll. Sehr cool. Buchhaltung ist ja nun auch ein spezielles Thema. Es gab bestimmt mal so ein richtiges Highlight für dich in deinem Beruf, oder? Ja. Erzähl. Es gibt ganz tolle Highlights. Also ich habe ja früher, wie gesagt, Papierbuchhaltung gemacht und bin zu den Kunden gefahren. Und ich hatte hier in Hamburg einen Friseur, einen Friseursalon. Und mein Motto ist ja immer, jeder macht das, was er kann. So, wie gesagt, die Hebamme, kriegen Kinder auf die Welt und der Friseur kann Haare schneiden. Was er nicht kann, ist Buchhaltung. Ich bin dann in seinen Keller gegangen, in sein Kellerbüro und er hatte eine große Babybadewanne voller Belege, weil er immer alles nur noch oben drauf geschmissen hat. Es war so eine Riesenkiste, Riesenkasten. Und es ist natürlich schon so, dass dann auch Rechnungen dazwischen sind. Es sind Mahnbescheide dazwischen. Vom Finanzamt vielleicht nochmal Post. Großes Problem. Und ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig toll, das zu sortieren. Das finden andere Menschen ganz merkwürdig. Für mich ist das einfach eine totale Befriedigung. Ich habe also diese Babybadewanne ausgekippt und habe das dann ganz kleinteilig alles in Ordner verpackt, alles hübsch gemacht. Und am Ende habe ich ihm das präsentiert. Er hat es gesehen und er hatte wirklich Tränen in den Augen. Er hat mich in den Armen genommen und gesagt, Tanja, du kannst dir gar nicht vorstellen, was mir das gerade bedeutet. Weil Buchhaltung ist nämlich oder gerade dieser ganze Orga-Kram für viele Menschen so ein Schmerzpunkt. Die können nachts nicht mehr schlafen. Und das ist für mich einfach so unglaublich schön, dass ich diesen Menschen helfen kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass man, dass sie wieder ruhig schlafen können. Das ist doch toll. Mega, mega cool. Kann ich auch wirklich nachvollziehen. Aber was würdest du, du hast jetzt auch ganz viel gesehen, was würdest du Menschen mit an die Hand geben wollen, die sich gerade selbstständig machen wollen? Stellt es auf richtige Füße. Ich weiß, keiner denkt gerne über Buchhaltung nach, wenn er gerade eine Konditorei eröffnet oder einen wunderschönen kleinen Laden. Ich verstehe das total. Aber es fällt euch irgendwann auf die Füße. Also fangt wirklich einfach vernünftig an, macht euch eine Excel-Tabelle und tauscht euch mit anderen Selbstständigen aus, mit anderen Gründern, Gründerinnen, wie sie das machen. Es fällt euch irgendwann auf die Füße. Mega cool. Ganz herzlichen Dank und dir weiterhin viel Erfolg. Danke schön. Vielen Dank.